Los Leute, wir müssen uns beeilen. Bagger. Hey Kipplaster, fahr hierher. Oh dieser Lärm, ich kann mich nicht konzentrieren. Everest. Der Winter steht vor der Tür. Sicher fällt bald der erste Schnee. Deshalb muss ich mein Fahrzeug auf Vordermann bringen. Hey Everest, Everest. Wegen dem Lärm hört sie mich nicht. Ich geh mal zu ihr. Hopp. Juhu. Hopp. Hey Everest, ich hab nach dir gerufen. Oh, ich hab dich nicht gehört, weil's so laut ist. Everest, weißt du, wo der Lärm herkommt? Ja, von der Baustelle da vorne. Ich geh mal nachschauen. Los, das muss schneller gehen. Hallo? Entschuldigung. Hallo, wie kann ich dir helfen? Äh, was macht ihr hier denn eigentlich? Tja, äh, wir bauen hier ein neues Gebäude. Aber dieses Grundstück hier gehört doch der Paw Patrol. Sie können hier nicht einfach etwas bauen? Ich glaube, sie sind hier falsch. Was? Moment mal. Ich frag mal nach. Hey Kumpel, kann es sein, dass wir hier falsch sind? Wieso? Wieso? Dieses Grundstück gehört der Paw Patrol. Ich kontrolliere das gleich mal. Oh nein, wir sind hier wirklich falsch. Das heißt, wir haben Zeit verloren und der Paw Patrol Umstände bereitet. Wir müssen uns entschuldigen. Hey, Baustellenfahrzeuge! Stopp! Du hattest recht. Wir sind auf dem falschen Grundstück. Wir räumen hier alles wieder auf. Aber heute werden wir damit wohl nicht mehr fertig werden. Hm, kein Problem. Zusammen schaffen wir das bestimmt. Ich hab Rubble und Rocky ins Hauptquartier gerufen. Sie kommen sicher gleich. Rubble, was liegt denn an? Keine Ahnung. Lass uns Fragen gehen. Hallo Jungs, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen den Bauarbeitern helfen, die Baustelle aufzuräumen. Seid ihr dabei? Ja, aber sicher, Ryder. Rocky, für dich gibt es auch zu tun. Alles klar. Prima, da kommt der Kipplaster. Lass uns alles in den Ladekasten räumen. Hallo, wir sind gekommen, um euch zu helfen. Super, wir können Hilfe gebrauchen. Und was kann ich machen? Du könntest die Baumstämme aufladen. Okay. Ich glaube, die Baumstämme kommen auf diesen Anhänger. Doch ein Stück, doch ein Stück. Alles klar. So, der Sand ist aufgeladen. Das ist der letzte Baumstamm. Wow, dank eurer Hilfe kommen wir gut voran. Jetzt sind nur noch die Bausteine übrig. Ich kümmere mich um diese Bausteine. Ich kümmere mich um diese Bausteine. So, das Skelett ist wieder sauber. Auftrag ausgeführt. Ihr könnt jetzt gehen. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Tut uns leid, dass wir euch so viele Umstände bereitet haben. Schon okay. Passt aber in Zukunft besser auf. Kinder, hat euch unser Video gefallen? Wenn ja, drückt auf Like. Und abonniert Kinder Kartons. Tschüss. Tschüss.